Juhu, ich bin's wieder, euer Günther. Und jetzt erzähle ich euch mal, was mir gestern passiert ist. Wir sind nämlich gestern von Cuxhaven nach Brunsbüttel gefahren und wurden das allererste Mal geschleust. Das war vielleicht aufregend. Da ging so ein Tor auf und da kamen erst Schiffe raus und dann durften wir da rein. Dann mussten wir festmachen. Herrchen und Frauchen sind sogar von Bord gegangen. Da war mir ein bisschen gruselig, aber sie kamen ja wieder. Dann ging das andere Tor auf und schwupps, da war ganz viel Land. Das war total aufregend. Dann haben wir erst mal angehalten, weil ich musste jetzt dann auch erst mal Gassi gehen. Das nützt ja nichts, wir hatten ja noch ein paar Stunden Fahrt vor uns. Und dann sind wir da die ganze Zeit auf dem Kanal gefahren und haben ganz viele große Schiffe gesehen. War das spannend. Das haben wir sonst so nicht in unserem Segelrevier im schönen Büsum. Aber wir wollten jetzt mal was anderes kennenlernen und sind jetzt schon ganz gespannt, was wir im Sommerurlaub erleben. Und nächste Woche geht es dann endlich mal los. Und dann gucken wir mal, was uns so alles erwartet. Alles Liebe, euer Günni.